Ich komme ganz gern hierher, weil es die Möglichkeit gibt, mit vielen Leuten zu sprechen, die sich für politische Bildung engagieren. Ich bin immer wieder ganz zufrieden und ich finde es hervorragend, gerade auch unter der neuen Leitung. Ich finde es schön, heute hier zu sein und ehemalige Kollegen zu sehen und nette Praktikanten von früher. Eines der tollsten Sommerfesten aller Zeiten. Da fahrt man sich über eine Einladung. Hier bin ich heute an der Akademie für politische Bildung Bayern. Das gefällt mir sehr, dass es sehr besonders ist. Viele Leute haben diese bayerische Tracht angezogen. Ich bin hier wissenschaftlicher Praktikant und dieses Gartenfest ist natürlich eine willkommene Abwechslung, wobei man natürlich sagen muss, die Atmosphäre ist nicht nur beim Gartenfest an der Akademie super, das kann man eigentlich auch so als Praktikum oder um mal vorbeizukommen jedem empfehlen. Also ganz ehrlich, es ist so toll hier zu sein, wirklich. Es macht total Spaß, es ist eine tolle Veranstaltung, eine schöne Location. Das ist mein Name. Ich gehöre also nicht zu der Prominenz, sondern bin hier einfach nur Mitglied, stamme aus Zuzing. Und bin das erste Mal dabei und muss sagen, es ist wunderschön, es gefällt mir gut. Die Leute sind so lässig. Also was mir hier besonders gut gefällt, ich möchte das nur mit einem Schwenk nach links zeigen. Wundervolle Lage, wunderschönes Haus, ganz tolles Gartenfest. Mein Name ist Sebastian Haas, ich bin der Pressesprecher der Akademie. Und obwohl ich heute beim Gartenfest arbeiten muss, ist es eine wirklich wunderbare Veranstaltung, denn hier kommen die Leute zusammen. Mein Name ist Jochen Fuhr, ich bin hier eingeladen zum Gartenfest und mir gefällt es sehr gut. Was mich besonders freut, ist, man findet sehr viele verschiedene Leute, unterschiedlichster Herkunft. Der Zeil ist da und es sind auch ganz normale Leute da. Ich halte mich selber auch für einen davon und würde eigentlich nächstes Jahr gerne wiederkommen. Ich halte mich selber auch für einen Diener 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 Diener. Vielen Dank.